Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StundoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Mobiles-Tycoon. Ich bin gerade ein bisschen angepasst, weil ich gerade eine Aufnahme gemacht habe, die nicht so richtig funktioniert hat. Also, nicht wundern, weil es sich gerade ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. So, okay, wir, schön, dass wir keiner jetzt wissen, so, wir oder ich möchte heute mal, ähm, heute mal nicht ein Handy, also nicht ein normales Handy, sondern, wir sind das hier, äh, was ist das denn, Öffnen, Verbesserung, genau. Ja, das wollte ich suchen. So, man kann ja hier, äh, genau, man kann ja hier Tablets machen, Prozessoren, weiß ich jetzt nicht unbedingt warum, und ein Betriebssystem. Und ich möchte heute, kein Smartphone, sondern ein Tablet erschaffen, sag ich mal, ganz grob gesagt. Ach, so, wir haben ein Tablet freigeschaltet, das ist perfekt, so. Ne, wir wollen noch keins machen, wir wollen erstmal hier Tablet gehen und dann erstmal hier ein paar Dinge holen. So. Gut, ich, ich würde mal sagen, ich warte jetzt hier einmal kurz ein bisschen, bis ich hier, ähm, sehr viele Dinge davon habe und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Ja. Okay, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier reichlich Erfahrungspunkte. Ich glaube, ein bisschen zu viele, aber macht ja nichts. So, wir kaufen uns jetzt hier erstmal alles durch. Ähm, ja, einmal hier alles durchkaufen, bitte. Danke. Vielleicht können wir heute auch schon ein Flipphone machen. Das wäre natürlich auch gar nicht mal so schlecht. Na, Leute, ich habe heute ein bisschen auch Zeitdruck eigentlich. Ja, das ist alles hier nicht so geil. So. Bam, bam, bam. Jetzt muss ich hier wieder komplett nur durchdrücken. So, perfekt. Watz, watz, watz. Dann kaufen wir hier das hier einmal, so. Aber jetzt muss ich hier noch eine Auflösung der Frontkamera machen. Übrigens, das Geld ist natürlich jetzt hier nicht, also das Geld habe ich halt, ich sage mal so, erschüttert, wenn man es mal so nennen darf. Denn ich will jetzt hier nicht grundlos immer jeden Tag so ein, also nicht jede Woche mal immer so ein gleiches Video rausbringen. Deswegen ich einfach mal hier ein bisschen auch einfach mir Sachen holen muss, also hier Geld und sowas, damit ich schneller vorankomme. Denn meine Videos sind natürlich nicht zu lang und da würde das ewig dauern, um erstmal hier alles rein zu bekommen. Und deswegen muss ich ein bisschen Sachen erschieten, sage ich mal. Aber, ja, es wird, ah, SDGM Tablet. Übrigens, ich will noch nicht, ich bin ein bisschen müde, ich bin schon seit 6 Uhr tatsächlich wach heute und habe bis 13 Uhr gearbeitet. Ja, ja. So, SDGM Tablet, das ist die V1. So, ähm, ah, jetzt weiß ich, warum wir Prozessoren machen können. Ich glaube, die unterstützen nicht mal alles, kann doch sein. Äh, das ist blöd. Warte mal. Wir nehmen einfach den hier, so. Weiter geht's. Äh, wir nehmen natürlich Google, äh, Android meine ich natürlich. So, ähm, warum kann ich hier nichts machen? Hä? Jetzt bin ich verwundert. Warte mal, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich habe doch hier gerade für Tablets. Ach so, boah, ich denke, ich habe nur für die Kamera gekauft. Oh, Leute, habe ich mich gerade schon gewundert. Ja, ich bin heute nicht mehr ganz klar im Kopf. Müsst ihr wissen. Also, falls ich irgendwas falsches sage oder so, es liegt einfach an mir. So. Äh, zack. Zack. Batz, Batz, Batz. Immer zu sehend. Ist auch ein interessanter Name. Hm. Ich muss noch nicht essen nebenbei. Weil ich habe heute noch gar nichts gegessen. Hm, hm. So, die Bildschirmherdigkeit. So, 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 da. Gut. Dann einmal so. Zack. So. Perfekt. Oh, dass man hier immer so viel drücken muss. So. Ich habe aber wieder was vergessen hier. So. Mal an, jetzt ist ja alles voller Zucker. So. Oh, jetzt ist ja noch mehr. Okay, so. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Ja. Perfekt. Bam, bam. Nee. So, jetzt muss ich das mit einer Hand tippen, weil mit der anderen kann ich nicht. Essige M. Oh. Let's. So. Dann einmal V. Eins. Erstellen. Okay. Jetzt sind wir wieder da, wo wir gerade waren. Müssen wir mal gucken. Also. Das ist sehr gut verkauft. Und das ist am besten verkauft. Warum denn? Oh, der ist viel besser. Nehmen wir den, weil der ist besser. Kriegen wir eine bessere Bewertung. Bewertung. 9,4. Ja gut. Also der hier ist auf jeden Fall besser. So. Jetzt können wir hier mal ein bisschen was machen. Jetzt zeigt er mir da irgendeinen Fehler an, den ich so keine Ahnung habe, warum. Einfach 8K hat das Ding. Alles klar. So. So. Zack, zack. Ich habe jetzt sogar überall Zucker im Gesicht. Und meine Daten ausbrechen. So. Und meine Daten ausbrechen. Der zeigt mir dann schon einen Fehler an. Das heißt, ich muss wahrscheinlich hier gleich was umändern. Okay. So. Was ist der Fehler? Der Prozessor unterstützt nicht den ausgeweilten Speichertyp. Der Prozessor unterstützt die ausgewählte RAM-Größe nicht. Okay. Nee, hier war das. Nee. War denn das? Hier ran. 60. Oh, warte mal. Prozessor. Dann das ist. Warte mal. Speichertyp. Ja. Ich kann nicht weiter runter. Weiter runter als 3 kann ich nicht. Warte mal. Geht 4. Gucken wir mal einfach mal. Nö. Oder? Doch. Gucken wir mal kurz. 5. Ah, okay. 4 geht. So. Jetzt muss ich RAM. Okay. So. RAM-Frequenz. Ich muss mal jetzt kurz gucken. Ja. Noch kann ich. 24. 24. 24 geht nicht mehr. Geht 20. Nee. Das heißt 16 geht. Ja. So. Jetzt muss ich hier die RAM-Frequenz einmal kurz abschicken. Das ist die hier. Okay. Die geht bis 3, 4. 3, 4. Ja. Da ist dann Schluss. Okay. So. Dann haben wir das hier auch einmal behoben. Zack. Ladegerät noch dabei. Dann keine Ahnung was voll heißen soll. Schutzglas, Stift und Tastatur. Die dürfen auch nicht fehlen. Äh. Die Farbe mach ich. Das lasse ich einfach so. Mai auf 10. Überschrift mach ich 20. Belichtungswinkel mach ich 360 Grad. Oder was auch immer das sein soll. Belichtungswinkel mach ich auch hier wieder 360. Logo-Hintergrund. Beleuchtung. Natürlich. So. Box-Design. Äh. Habe ich wattfrei. 5. Ja. Das mach ich auf 20. Und dann erstellen wir doch mal unser Tablet hier. Äh. Man sollte auch hier drauf. So. Und in der nächsten Folge werden wir dann. wieder zu den Smartphones. Smartphones gehen. Aber. Ein Flippon. Also ich hab ihn jetzt schon geholt. Tja. So. Jetzt muss ich mal kurz selber gucken. Kann ich jetzt für den Flip-Dingsbums hier auch irgendwas machen? Oder. Ist da einfach schon. Ich glaub da ist einfach schon alles. Könnten wir den eigentlich noch hinterher machen? Ja komm. Wir beinern jetzt noch ein Flippon raus. Stgm. Blip. V1. So. Ähm. Müssen wir mal gucken. So. Nehmen wir 10. Was willst du an? Die Lautstärke. Hast du es nicht? Ja. Mai gleich. So. Bam. Bam. So. Zack. Jetzt müsste das behoben sein. Ja. Zack. Zack. Wann haben wir hier nämlich noch einmal alles hinterher? So. Zack. Speichertypi sei jetzt wieder so kacke. Ich glaub da geht wieder 0.4 ne? Oder wenn ich mal auf 5 mach. Oh 5 geht nicht. Okay. Und da war glaube ich 20. der Bildschirm auf der Rückseite ist nicht richtig positioniert der Prozessor und da schützt die ausgewählte RAM. Dingens nicht. Ah jetzt. Okay. So Speicherfrequenz ne? War auch irgendwo hier. Ich glaub 2.8. Da geht's mittlerweile auch bei dem 3000. 3.200 geht auch. 3.400 geht ebenfalls. 600 geht nicht mehr. Okay. Okay. So. Okay. So. Lautsprecher. Okay. Ich muss gleich noch einmal kurz gucken wegen dem Lautsprecher. So. Das war hier bei 4. Lautsprecher. Ne. Okay. War nicht bei 4. War bei 3. Ich kann an dem Lautsprecher Dings nichts machen. Hm. Okay. Interessant. 8 geht. Gut. Ja. Das geht auch. 360. Ja. Hintergrund. Ja. Box Design machen wir mal. 6. Und dann geht der Bildschirm auf der Rückseite. Ist nicht richtig positioniert. Die Lautstärke. Das hier ist nicht richtig. Mann. Bildschirmhöhe. Warte mal was. Die. Der Bildschirmrand. Ah. Hier. Gut. Gut. Das ist trotzdem nicht geht. Ja. Leute. Egal. Wir machen das nicht. Denn. Äh. Liken. Abo. Und ein Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Diskursor vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke. Damit kein Video mehr verpasst. Ab und drum auf den Tag. Haut rein Leute. Euer Sando. Ciao. Ciao.